Kurz bevor das Video anfängt, wollte ich noch sagen, ich streame 6 Stunden lang am 22. Dezember Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Discord Server, da könnt ihr drauf joinen Und da könnt ihr am neuesten Stand sein und mitmachen, wenn ich streame natürlich Ihr dürft sehr gerne mitzocken, wenn ich streame Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder beim Streamen Viel Spaß mit dem Video Yo Leute, wir zeigen heute ein bisschen GTA, die Sorry Mode Und ich hab hier meinen Controller Und wir machen heute die Challenge Ich hab meinen Controller auf dem Kopf Das heißt, ich hab meinen Controller nicht so hier, wie man normalerweise haben würde Sondern so hier, dass ich die nicht seh, was ich drück Und alles umgedreht ist, ne Das probieren wir heute, das wird so schwierig, ich sag's euch Weil ich muss ja zielen und alles mögliche Äh Benutze LT, LT ist dann LT da Da muss ich kurz zielen So Okay Äh, alles klar Wie geh ich weiter Kann ich überhaupt gehen? Ne So, die Szen ist drin Okay, perfekt Dann mach ich die Szen Handy Handy mache ich, äh Da Und dann auf AA Ist Da Und A Krass, der Explosion So Okay Das hier ist sau schwierig Man kann hier rennen Okay, gut Das mache ich Das ist so schwierig Weil man muss immer umdenken Wie ich, ne warte, das ist falsch Wir müssen hier rein Wie man Nein Das ist falsch Wie man hier durchkommt Und alles Das ist sau schwierig, Leute So Ab Money Perfekt Dann nehmen wir Alter Das Geld So Weiter geht's Dann geh Okay So Drücke nach unten Und dann auf der anderen Ich hab das hier nie verstanden Wie ändere ich deinen Charakter? Ja Right stick Da So Jetzt Das war falscher Knopf Ich wollte eigentlich zielen Das habe ich jetzt nicht so gut hinbekommen Und wir machen erneut versuchen Und dann machen wir hier so einen Kopfschuss Warte Zack So Wir probieren jetzt Okay Alter Das ist sau schwierig, Leute Nein Nicht Ich sehe aus wie so ein völliger Noob Und dann Da Entdeckung Zack Und dann wird das alles explodieren Und dann haben wir ein Problem Weil ich muss dann zielen Wir müssen da jetzt erstmal durchrennen Wie mache ich das jetzt? Nein, das ist falsch Ja, ja Hands down So, das mache ich Oh Gott Das wird so schwer Boah Ist das schwer Meine Fresse Alter Da ist einer dahinter Wie mache ich nach unten? So Und dann machen wir da Alter Das ist so schwierig Boah Ich mache Kills So Nein, zurück Nach oben So, warte Den mache ich jetzt Zack Headshot Perfekt Gut Das geht gerade echt nice Wir haben die Oh Hä Komm Nein, andersrum Junge Das ist so schwierig Ich glaube es nicht Falschrum Weil das ist alles Umgekehrt So Den haben wir Den haben wir Und kommen die Cops Dann nimm uns den Wagen doch Die müsst ihr machen Mann Ich kann das nicht Ich will hier durch Junge Springen Ist falschrum Die müssen das machen Weil Ich kann das nicht So Da Okay Um Charakter zu wechseln Charakter zu wechseln Ich müsste gucken Komm Zielen 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 Danke Ich wollte den Grad anschließen So Langsam So Geh weg Danke Jetzt nehm ich noch nicht Tod Boah Alter Kann das mal aufhören Ich krieg das So Und dann nach oben Und dann haben wir den Wenn der wieder Guckt Da Schießen Schießen Ja Wir haben ihn Yo Das ist so schwer Meine Hände Yo Hab ihn Hab ihn Hab ihn Okay Weiter geht's So Leute Da kommen noch mehr Cops Wir haben ein Problem Wir haben ein Problem Zielen Drehen Und Schießen Komm lauf 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 Schnell Oh mein Gott Ist das kompliziert Ich kann das gar nicht Ja Du bist ein echt stout Ja 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 Nein Nein Oha Nein So alter Jetzt muss ich noch fahren Wie man kann den Kontroller nicht ordentlich halten So So Yo Leute ich kann fahren Komm 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 Oh Gott Er war im Zug Man Mann Mann Zug kommt Oh The chopper Nein Ja und wie soll ich das jetzt schaffen Boah Da ist auch zu ziehen Ich kann die jetzt alle Ich knall die jetzt alle um Wäre das nicht da gewesen Wäre ich jetzt schon tot Ey ich hab so ein Glück man Ey Leute tut mir leid Aber guck mal wie viele Cops hier sind Das kann ich nicht machen So komm 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 Oh mein Gott Jungs Und jetzt schon Ich vergesse Michael We should not judge We are born of sin And we die in sin And in this Michael Like anybody Father We do not know your infinite mysteries But we know That you will show Mercy to our friends Your son James He's a good kid He's a good kid A good kid Why Does he help the fucking poor No He sits on his ass all day Smoking dope and jerking off While he plays that fucking game If that's our standard for goodness No wonder this country's screwed And what about you What about me Hey I don't have the advantages that kid has By the time I was his age I'd already been in prison twice I robbed banks I ran whores Smuggled dope And you consider them achievements These were the opportunities I had At least I took them And where did these opportunities get you Michael They got me right Fucking here The end of the road With a big house And a useless kid And I'm stuck talking to you Because no one else gives a shit Oh I'm living a dream baby And that dream is fucked It is Fucking fucked Let it all out I think I just did Oh Well I Think that's all we have time for The same time next week I guess I gotta tell you I ain't too sure this shit is working for me A sense of overriding futility Is a vital part of the process Embrace it Whatever you say doc It's true You I don't know But You I, you I, you 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 I, you 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 I, you Bis zum nächsten Mal.